Der Ö3 Videoblog heute aus dem Backstage-Bereich der Beachmania bei Summersplash 2010. Es hat euch schon ein bisschen Konzertcharakter da drinnen. Das weiße Sofa und dann die Filmgetränke. Sambi holt sich noch einmal den letzten Energie-Kick, bevor es losgeht. Musik Jinka! Ja, das ist mir! Jessi? Hallo! Patsi? Es ist Flo! Yo! Yo! Sambi? Cindy! Hey! Hallo! Auf das Fernsehen sagt Hallo zum Ö3 Videoblog. Kurzer Blick nach draußen auf die Ö3-Gemeinde, die sich bereits versammelt. Musik Wir gehen zurück! 2-M-7! 2-M-4! 5-M-4! 5-M-4! 1-2-M-4! 5-M-4! Im Grenzen. 6-M-4! 5-M-4! Wie war die Ö3 Bitch Mania 2010? Wow! Ihr kennt das sicher, das Gefühl, wenn alles so wehtut, aber es ist irgendwie so ein angenehmes Gefühl. Die Stimme ist nicht mehr da, die Schweißdrüsen haben gearbeitet, wie noch nie in meinem ganzen Leben zuvor. Und die Ö3 Bitch Mania 2010 ist mal vorbei. Bis zur nächsten großen Sause und das dann hoffentlich mit euch. Bleib hoch, ein Steierfahrten daheim, immer dran denken, wir können immer Burgers!